Hi Leute, heute möchte ich euch die wohl stromsparendste Mittelwellenzender Schaltung vorstellen, die ist wirklich übelst stromsparend, die Schaltung ist von Stefan0719, vielleicht kann sich jemand noch erinnern, ich hatte mal ein Mittelwellenzender Bastelprojekt gemacht, den Link findet ihr in der Beschreibung unten, ich habe den unten verlinkt, der Mittelwellenzender arbeitet mit 9 Volt, das wäre der hier, den habe ich jetzt minimal umgebaut, dass er auch mit 1,5 Volt läuft, vom Stromverbrauch ist er gleich geblieben, allerdings dadurch dass ich jetzt nur noch eine 1,5 Volt Zelle habe, braucht er um einiges weniger Leistung, so zur Schaltung ist die Standard Schaltung da mit der selbstgewickelten Spule, das wäre die hier, ein 1N Kondensator, hier 2, 2 1N Kondensatoren, dann nochmal 2, also wie weiß das 1N Kondensatoren, insgesamt 5 1N Kondensatoren, also da einer, da 2 auf Masse und da auch 2 auf Masse, ein 3,3 Kilo Ohm Widerstand, ein 2,2 Kilo Ohm Widerstand, ein 180 Ohm Widerstand, dann der 47 Kilo Ohm Widerstand, der hier war der kommt raus und statt dessen ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand mit einem J-Feed. Der 47 Kilo Ohm Widerstand im Sender vorher mit 9 Volt hat die nur 1 zu tun, nämlich den Sender hier einen Konstantenstrom von 0,00017 Ampere zu geben, also von 0,17 mA und genau das hier macht der J-Feed und der ist sogar noch etwas sparsamer weil durch die 4,7 Kilo Ohm an Surs geht direkt drauf und rein ist es ein Konstantstromregler, der regelt auf 0,15 mA bei 1,5 Volt Input. Dann hier haben wir den 100 Mül F Alko, einfach dass die Stromversorgung stabil ist, hier das hier ist immer Masse, im Mittelwellen Sender Basteln Projekt hatte ich das auch genauso schon aufgezeichnet gehabt, nur statt den 47 Kilo Ohm Widerstand kommt jetzt ein J-Feed und ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand rein. Gate direkt auf den Sender Anschluss, davon noch ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand auf Source und hier die Strom zur Leitung geht auf Tränen. Bei den 2 SK 170 MOSFET da ist zu beachten dass links Tränen mit die Gate und rechts durch kommt, also ganz links kommt der Drain Anschluss, Drain Anschluss auf Plus, Mitte zur Schaltung weiter und der Äußerste über 4,7 Kilo Ohm zur Schaltung weiter, 1,7 Kilo Ohm wäre gelb, lila, rot. So und dadurch dass die Schaltung so wenig Strom braucht habe ich das auch direkt, jetzt mal eine 1,5 Volt Batterie dran, ich habe den Spannungsabfall über den Widerstand gemessen, den könnte ich nochmal messen, das wäre 0,7 Volt in dem Fall, also messen wir an den Widerstand 0,711 Volt, jetzt können wir ausrechnen wie viel Strom da durch fließt, den Widerstand haben wir gemessen, den 4,7 Kilo Ohm also 0,711 Volt, geht halt durch den Widerstandswert 4700 Ohm, heißt wir haben 0,0001512 und so Ampere, also das sind die Ampere, die Milliampere, 0,15 Milliampere nimmt das Zenderanstrom auf an 1,5 Volt. Wir könnten die Leistung noch ausrechnen, 1,5 Volt mal die 0,00015 Ampere, da wären wir bei 0,000225, also hier das sind die Watt, dann hier die Milliwatt, 0,22 Milliwatt, 0,23 Milliwatt, der ganze Sender braucht 0,23 Milliwatt, also etwa ein Fünftel, ein Viertel bis ein Fünftel von einem Milliwatt, es ist echt wenig, aber er funktioniert gut. Wir könnten noch ausrechnen wie lange der Sender an so einer 1,5 Volt Batterie läuft, ich habe den jetzt direkt da angelötet, weil ich denke der hält auf jeden Fall ein Jahr lang, rechnen wir mal aus, wir haben 2000 Milliampere Stunden etwa, was so eine Batterie hat, geteilt durch 0,15 Milliampere, dann hätten wir 13.333 Stunden, geteilt durch 24, das wären 555 Tage, minus 365 Tage, also ein Jahr abziehen, das heißt ein Jahr und 190 Tage würde der Sender an der 1,5 Volt Batterie laufen, bis die Batterie leer ist. Jetzt will ich den Sender aber auch mal testen an dem Radio, ich habe hier das Philips Tornado Radio auf Mittelwelle, bin hier etwa in der Mitte, in der Mitte des Keiler, da habe ich den gefunden hier, den einfach nur daneben liegen und starte mal eine Audioquelle und das funktioniert schon, ich kann den mit dem noch näher, ein bisschen drauflegen, ich bin auf Mittelwelle hier, zur Lautstärke her bin ich ganz leise, Von der Qualität ist der Top, finde ich. Reichweite. Ist klar, dass er da am besten geht, da setzt das Radio aus. Auch mit dem kleinen Mittelwellenradio geht das ganz gut, hier. Ich starte mal Audio wieder. Ich kann auch ein Stück weg gehen. Jetzt sagen wir, Reichweite ist so 30 cm aber wenn das Radio direkt daneben liegt, geht es weiter. Und dann Stahl. Ich stoppe mal. Dann wieder Start. Kann man ja super als portable Audio-Quelle machen. Im Vergleich zu anderen Mittelwellen-Sendern ist er gleich laut. Dann hat es kein AM, also kein SM meine ich. Er hat schönes AM. Dann geht er auf. Dann fängt er ganz gut. Dann fängt er ganz gut. Und er läuft über eineinhalb Jahre mit so einer kleinen Batterie. Der Sender selbst ist von Stefan 0719. Das einzige was ich dazu gebaut habe, das war der J-Feed mit dem Widerstand durch den Sender und damit Konstanzstrom mit dem Konstanten 0,15 mA versorgen. Ich glaube heute war ein wenig. Ich danke, dass Zuschauen war. Danke fürs Zuschauen.